Syntaktisch gleicht die Wiederholungsanweisung oder auch Weil-Schleife genannt, der If-Anweisung. Das If wird durch das Weil ersetzt. Weil, ein Schlüsselwort, dann in runden Klammern eingeschlossen ein Buhlscher Ausdruck und eine Anweisung. Diese Anweisung nennt man auch Iterationsanweisung. Und dieser Buhlscher Ausdruck wird auch Schleifenbedingungen genannt. Die Wiederholungsanweisung besteht im Moment aus dieser Weil-Anweisung. Wir werden aber hinter den späteren Unterrichtseinheiten noch andere Typen von Wiederholungsanweisungen kennenlernen. Da gibt es noch die Du-Anweisung und die Vorschleife. Die Wiederholungsanweisung mit der im Moment wichtigen Weil-Anweisung ist eine Anweisung. Deswegen wird dieses Syntax-Diagramm Anweisung ergänzt. Also eine Wiederholungsanweisung kann überall dastehen, wo ein Grundbefehl, ein Prozeduraufruf, Block, Leeranweisung oder eine Auswahlanweisung steht. Dann wird dieses Syntax-Diagramm erfüllt.